Der Bronze-Status im 4Circles-Programm. Für den Bronze-Status brauchst du 15.000 Euro abgerechneten Umsatz in den letzten 12 Monaten. Dann erreichst du den Bronze-Status, kriegst einen PIN zugeschickt nach Hause, der quasi deinen Status im echten Leben bestätigt. Und jetzt schauen wir uns die Vorteile an, die der Bronze-Status mit sich bringt. Die jeweiligen Prämien zu der Klasse könnt ihr euch einfach auf 4circles.de und dann klickt ihr auf Prämien anschauen. Wir gehen jetzt gemeinsam durch. Wir schauen uns jetzt die Prämien an, beziehungsweise die, die ich persönlich nutze und besonders cool finde. Das ist einmal der Videokurs Berater für Arbeitskraftabsicherung von Philipp Wenzel. Ich bin ein großer Fan von Philipp Wenzel im Bereich individuelle Arbeitskraftabsicherung. Das bekommt ihr dann freigeschaltet, genauso wie den NAFI-Endkundenrechner für die Homepage. Heißt, den NAFI-Rechner, den ihr verwendet, als Makler, um für eure Kunden Kfz zu rechnen, könnt ihr einfach auf eure Website implementieren und der Kunde kann sich das dann da selber rechnen.